Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eidler, damit zu einem neuen Pardsburgmon Ultramond, mit dem Zwergenfürst, zu dem letzten Pardsburgmon Ultramond, vor der wöchentlichen Fahrt, nein, wöchentliche Fahrt ist falsch, vor der einwöchigen Fahrt, jetzt sind wir schon da drin im Manier-Ziergarten, auch schön. Ja, ich werde vom 2. Februar bis zum 7. Februar, gut merken die Daten, von dort an bis dort an werde ich mal wieder beruflich verreist sein und dafür kann ich nicht verproduzieren. Die Zeit habe ich nicht, also mir wird es nicht gelingen, für diese Zeit vorzuproduzieren, für diese Woche, die ich ja weg bin. Es ist eine ganze Arbeitswoche. Und in dieser Zeit, also vom 2. bis zum 7. werdet ihr leider auf meinem Kanal keine Videos bekommen. Keine neuen Videos, keine neuen Videos, ja, ganz besonders hervorzuheben ist das Wort, keine neuen, neue. Ja, es gibt natürlich noch viele, viele, ganz viele alte Videos, die ihr euch angucken könnt. Was heißt alt? Es gibt auch noch viele, viele, viele neue Videos, die ihr euch angucken könnt, aber halt keine neuen Uploads, keine Tages-Uploads. Ja, wie auch immer, ich wollte es nur einmal angesagt haben, jetzt auch hier in Videoform. Ich sage es auch auf Twitter ständig, also ich poste es auf Twitter, wenn es anliegt, aber manche folgen mir ja nicht auf Twitter, deshalb, ja, ich habe auch mal in Videoform gesagt. Weiter geht's! Und mit der Story. So, so, guck, 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 du willst den Pokémon wieder grünen, dann lache ich mich ja schief. Vier Runden. Was? Greift ruhig alle auf einmal an. Niemand kennt sich den Pokémon-Attacken so gut aus wie ich. Mit Sternschau oder Einärschern schicke ich euch in vier Runden auf die Bretter. Wir regeln das in einem Battle Royale. Ist doch der Ernst. Und jetzt machen wir ihn fertig. Sie schaffen das, Professor. Damit habt ihr euch übernommen, Timskull. Drei Kinder auf einem Strichplatz machen. Mir gefällt dieser Battle Royale. Das ist Bromley. Es ist Bromley. Hier kommt der Boss. Ich stehe Ihnen entsprechend. Keine Brom, keine Gnade. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Oh yeah, ich bin der große, böse Bromley. Genau so werde ich Ihnen sprechen. Aufgepasst, ihr Marien. Schwer ist schön, die Glotze auf. Es kommt zum Showdown zwischen Bromley und dem Anführer von Timskull und Professor Kukui. Kukui, Kukui. Einst haben wir zwei Jahre gemeinsam. Wir hatten beide nicht das Zeug zum Käpt'n. Ich kann gar verstehen, dass du was Neues auf die Beine stellen willst. Mir wirken vernünftige Liga auch lieber als unsere Insekönige und Käpt'ns. Dies überflüssige Relikte aus der Vergangenheit. Da gibt es nur einen Haken, mein Freund. Die Liga ist so überflüssig wie ein Kropf. Denn wer hier der stärkste ist, das ist doch schließlich längst entschieden. Denn da liegst du falsch, Bromley. Ich hätte durchaus Käpt'n werden können. Aber ich wollte lieber meinen Wunschtraum verwirklichen. Als ich auf der Suche nach einer Attacke war, mit der ich gegen Hannah gewinnen könnte, da hatte ich einen Geistesblitz. So was wie eine ultimative Attacke gibt es nicht. Worauf es ankommt, ist die richtige Attacke zur richtigen Zeit einzusetzen. Das macht einen guten Trainer aus. Und damit Trainer solche Situationen üben können, brauchen wir ein paar Pokémon. Brauchen wir eine Pokémon-Liga. Ein paar Pokémon-Trainer in einer Pokémon-Liga. Genau so. Kann man es auch drehen. Na los, Bromley. Zeig doch mal, dass du nicht nur eine große Klappe hast, sondern auch ein paar tolle Attacken einsetzen kannst. Also, sofern du das kannst. Schließlich ist Zwergfee auch mit von der Partie. Stimmt's? Äh, wie bitte? Ich mit von der Partie? Ich soll jetzt gegen Bromley kämpfen. Äh, das hetzte gern. Das hetzte gern. Oho, ein Möckchen auf Insel-Wunderschaft. Mir scheint, du bist hier viel am Platz. Das ist Zwergfee. Sie ist erst vor kurzem nach Alola gekommen auf seinen Armen schützen. Ich schätze ihn los. Was ist das? Ein seitkraft-Ring. Was brauchst du dir von dieser Sache mit der Insel-Wunderschaft? Ähm. Ich will stärker werden. Schon mal eine gute Motivation. Das kannst du kennen, du Gehre. Und was dich angeht, Kuckui. Bevor ich dich so richtig platt mache, zerstöre ich alles, was dir wichtig ist. Ich bin wohl dabei, die Zerstörung in Perso. Ich werde dir zeigen, was es heißt, so richtig platt gemacht zu werden. Ja. Oder auch nicht. Das war ein langer Dialog. Und es wird ein kurzer Kampf. Das weiß ich ja schon jetzt. Das ist ja Team Skull. Der Anführer von Team Skull. Und ja. Es ist doch kein Battle Royale. Ein Doppelkampf. Ja, ein einfacher Kampf. Gegen Steve. Na dann. Haurinna. Okay, Haurinna sieht ein bisschen anders aus, Steve. So sieht das aus. So sieht Haurinna aus. Genau so. Mach's ihm nach. Ja, dynamische Maxi-Planme. Das wäre doch mal ein Anfang. Doch, ein kleiner Anfang. Haurinna. Diese Art-Attacke von dem To-Kanon. To-Kanon, ja. Wie ist der To-Kanon? Ja. So ungefähr. Dynamische Maxi-Flamme. Volle Power. Aktiviert. Aktiviert. Genau. Badaud. Das hat nicht sehr viel gebracht. Das war nicht so effektiv. Ja, gut. Hab ich gesagt. Nee, hab ich nicht. Los. Mergi. Ja. Gut. Ähm. Gut. Viel kann man von ihr glaube ich nicht erwarten. Aber. Kommt. Felsgrab. Zumindest mehr als To-Kanon oder wie der heißt. Mehr als Steve. Felsgrab. So. Maske-Riegen. Ja, vielleicht kannst du da was anrichten. Kannst du da ein bisschen mit Felsgrab was machen. Soll hier sehr effektiv sein. Laut Ausschreibung. Also. Laut Attacken-Ausschreibung. Nicht laut Stellenausschreibung. Laut Attacken-Ausschreibung. Los. Dave. Du bist dran. Hau-Rinne. Und du weißt, dass ich mit Hau-Rinne meine. Hau ordentlich rein. Volle Möhre. Attacken. Drauf auf das Ding. Erledige es. Mach es alle. Es ist Zahn. Nicht alles Zahn. Mensch. Ich sagte, mach es alle. Und ich sage, mach es alle. Dann machst du es alle. Hey. Und dann muss wohl Pikachu mal in den Ring steigen. Und das Maske-Riegen. Ordentlich zum Boden ringen. Mal sehen, ob es das schafft. Ob es ihm gelingt. Nein. Natürlich nicht. Ich werde auch wohl jetzt nicht gegen Bromley gewinnen. Oder? Äh, verlieren. Ja, gewinnen werde ich doch hoffentlich. Verlieren werde ich doch nicht. Das wäre doch Wahnsinn. Hier gegen Bromley zu verlieren. Gibt es ja auch nicht. Luftschnitt. Komm, Hoodie, halt es aus. Was zum Geier. Hoodie. Pflücker. Okay, das ist effektiv. Aber das Gegnerspuckmann ist auch wahnsinnig effektiv. Auf Hoodie. Und da habe ich wohl den Boss von Team Skull wahnsinnig unterschätzt. Und alle Achtung. Also, das macht es meinem Team schon ordentlich schwer. Alter Schwede. Ja, also, aber ordentlich. Es gibt ein paar Attacken, die wirklich effektiv sind, aber gegen die Attacken vom Gegner. Halleluja. Und das ist wirklich ordentlich. Auch Lea hat wieder eine effektive Attacke. Eine sehr effektive Attacke. Aber ja. Käferbrom. Das haut wieder so ordentlich rein hier. Also, ihr seht's. Mein Team ist besiegt. Vom Boss von Team Skull. Joa. Hm. Was soll ich sagen? Ist ja ein Spiel mit Schwarzbogen. Joa. So viel zu starkes und gutes Team. Hätten wir das mal geklärt. Schon der Kampf gegen Tadi. Der hat's mir schon gezeigt. Hm. Was ich drauf hab. Nichts drauf außer Zahnbelag. So sieht's aus. Versuch Nummer 2. Ich bin Bomber. Die Zerstörung in Person. Ich will mir zeigen, was es heißt, richtig blitgemacht zu werden. Allerdings. Diesmal dürfen wir ihn nicht unterschätzen. Wir greifen ihn an und erledigen ihn auch hoffentlich. Auf geht's. Volle Möhre. Komm schon. Komm schon Team. Das wird zu schaffen sein. Das sind nur zwei Pokémon. Haut. Rinne. Ich will hier Leistung sehen. Ich will hier volle Möhre hier. Attacken sehen. Komm. Mach was draus. Cake. Klinge. Okay. Jetzt kannst du da mal reinhauen. Komm. Verbrennung. Schön. Schnabel Kanone. Volle Möhre. Jo. Das ist gut. Nice. Das kann ich sehen lassen, diese Attacke. So bitte weiter. Ich hole einen Trank raus. Und dann kann es ja weitergehen. Maske Regeln. Das werden wir wohl auch noch hinkriegen. Komm, so schwer sehen die doch nicht aus, oder? Seid ihr ein echtes Team? Seid ihr das? Seid ihr ein starkes Team oder seid ihr waschacken? Was seid ihr? Ich höre euch nicht. Was seid ihr? Haut ihr Rinne. Haut ihr Rinne. Aber ordentlich. Auf geht's. Ja, ich weiß, das wird jetzt nichts mehr hier. Wenn hier gleich besiegt werden. Luftschnitt. Ja, das war's. Aber den Versuch war es wert. Der Nächste. Der Nächste, bitte. Wer will hier reinhauen? Und du willst hier reinhauen. Pikachu, los Pikachu. Steig dich an. Auf geht's. Gib alles. Du bist Level 36. Wird wohl hier gehen. Gigavolt Funksenseil. Ja, Zettattacke. Komm. Hau Rinne. Ich sagte, Hau Rinne. Lass dich nicht besiegen. Mir interessiert hier auch. Honey, du bist Anzug. Versuch du es mal. Du musst deine Attacke mit deiner neuen, nein, mit deiner alten Attacke. Pflück her. Komm. Du musst schnitzen. Oha. Das sind ordentliche Attacken. Was? Das hat ordentlich reingehauen. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Lea ist wieder dran. Na komm. Na komm. Mach's alle. Ich kann ihn jetzt hier in der Fölz sehen. Ai. Mai, ja, mai. Der wird hier immer stärker oder was? Ich weiß nicht, wie ich mich hier retten soll oder was? Dave, ja gut, ähm, du musst dich jetzt hier einfach mal, du musst hier einfach mal als Schutzdingens stehen. Du musst als Puppe hier einfach mal als Strohpuppe einfach im Weg stehen. Ich brauche mal einen Blähbeer drauf. To-Kanon auch Steve. Der mal Luft stimmt jetzt. Komm halt einem aus, damit ich noch einen Trank einsetzen kann. Dankeschön, Dave. Du bist gut. Hm. Auch wenn ich nicht wirklich drauf hoffen kann, dass Steve sich sonderbar gut behaupten kann im Kampf, aber ja. Den Versuch ist es wert. Mei, 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 ist ja peinlich hier. Das bedarf wohl noch einiges an Training hier. Ui, 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 das tut ja richtig weh. Nitro-Ladung. Komm, hau renne. Hau renne, sag ich. Heute bin ich richtig renn gehauen. Nitro-Ladung, komm. Das muss doch ein Pflanzenbuck mal sein, oder? Ah, ja. Mh, mh, ja. Akzeptabel, aber nicht geniegend. Weil die Attacken von Bromleys Pokémon, die sind wirklich vernichtend. Fernichtend, sag ich. Da ist mir der Professor aber ziemlich viel zugebutet. Ein bisschen zu viel vielleicht. Ein Erstklag wäre es hier gewesen, aber. Mh, 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 jetzt. Unter den Bedingungen. Kack dich ab. Mh, 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 mh. Mh, mh, mh. Ich habe nur noch eins. Das Hoffen auf. Dann habe ich nur noch einen. Mh, mh. Mh, mh, mh. Das ist Wahnsinn, den jetzt hier zu vergräuten. Weil wir eh schon fast verloren haben, aber. ja, gut hab ich jetzt mal gemacht für diesen Zweck jetzt mal einen Top-Beleber verschwendet ja, was soll's komm wenigstens das Maske-Regeln noch besiegen dann kriegen wir ein Level ab hier erfahrungspunkte, komm, hau renne, mach was draus aus dem Top-Beleber den will ich nicht umsonst verschwendet haben komm, Nitroladung komm, komm nice, ok, das ist schon mal bisschen was wert so, jetzt noch weiter aushalten ok, ja huiuiui das wird eng das wird sehr, sehr eng dann mal Trank einsetzen äh und wenn du jetzt eine Attacke einsetzt die komplett weghaut bin ich am Arsch der ist verbrannt aber ja hm Schnabelkanone nicht die beste Idee aber Träckklinge komm, lass ihn aushalten lass ihn aushalten so, gut, 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 gut Schnabelkanone, komm, mach's alle nice im zweiten Versuch ist es mir gelungen haben wir Bommelay doch noch besiegt aber gerade so mit Ach und Krach Alter, Schwede also, hallo also auf jeden Fall braucht das noch ein bisschen Training das Thema ordentlich Training also hier wird ordentlich trainiert nächsten Pass auf der nächsten Route hier aber ordentlich so geht das nicht weiter mein Team ist eingestaubt also ja, wird mal gedrillt hier da wird ordentlich trainiert Erleistung von meinem Team so geht das nicht weiter das lasst ihr euch nicht durchgehen hm Bommelay was treibst du denn da entfächle die zerstörerische Kraft deiner Pokémon Zwergenvieh richtig den Namen werde ich mir merken das nächste Mal bist du fertig und du bist also Tali was Bommelay auf Inselmannerschaft geht's mal geht man nicht einfach so nur weil der OP-Inselkönig ist selbst wenn wenn du sie erfolgreich hinter dich bringst heißt das noch lange nicht dass du auch kriegst was du willst merk dir das so da haben wir Bommelay besiegt Zwergenfee und das war das waren ein paar spektakuläre Attacken ich bin echt beeindruckt ach ja fast hätte ich vergessen dir was sehr wichtiges zu geben der Zettkristall diesen Zettkristall sollst du Silvaru zum Tragen geben der letzten Entwicklungsstufe des Bauts das du von Hala bekommen hast du erhältst den Zettkristall Silvarium Silvaronium Z Silvaronium Z wurde in der Zettkristalltasche verstoßt sag mal Zwergfee diese Maske die du dabei hast die hast du doch von Marlon oder ich kann sie dem großen Mars Grünal für dich überreichen er ist ein guter Freund von mir na klar ist ein guter Freund von dir du hast Professor Kukui die Maske des Profs überreicht Tali du hast doch auch groß gerade zugesehen oder und ob das war echt ein Spitzenkampf nach dem zweiten Versuch zumindest Sven Kui hat da was Großes geliefert irgendwann ach so das ist Kukui irgendwann wird es Bonny hoffentlich begreifen was einem die Inselwänderschaft gibt ach ja wo ist eigentlich Lilli hier bin ich viele verschiedene Rollen hier in diesem Part und Lola ja und ich bin auch mit von der Partie wir waren zusammen unterwegs ich war ganz schön in Sorge wegen euch Professor Kukui und Zwergfee mit den Schergen von Team Skull Skull natürlich sollte man sich besser nicht anlegen ach was ich finde ein paar Attacken im Kampf aus Trauschen ist der schnellste Weg einen anderen Trainer richtig kennenzulernen naja ich werde mich dann mal auf den Weg zum Mount Lanarki da machen die Geburtsstunde der Pokémon Liga naht und es gibt noch viel zu tun Zwergfee Tali haltet wieder haltet weiter die Ohren steif auf eurer Anselnerschaft das werden wir machen Zwergfee Tali passt bitte gut auf euch auf hey Zwergfee du hast Christprüfung bestanden stimmt's herzlichen Glückwunsch an der nächsten Prüfung teilzunehmen musst du zunächst zum Dorf der Kapu das hinter Rote Elf liegt wenn du Rote Elf nicht finden kannst frag einfach einen Polizisten nach dem Weg viel Erfolg das schaffst du schon los Lili zwei wir zwei gehen jetzt zusammen shoppen he he ja dann geht's mal Lili nein nicht wie Opie gesagt hat meine Begegnungen mit Pokémon und Menschen machen das Leben erst so richtig spannend spannend ist es ja auf jeden Fall aber ob das auch echt alles klar mal die Zwergarten hinter uns und wir geben uns auf die nächste Route und ja dann geht's auf zu neuen Abenteuern zu neuen Prüfungen und zu neuen Dörfern und ja vor allem Prüfungsstätten ja Route Elf da sollten wir hin den Weg hin lang genug würde ich sagen aber ist ja nicht genug oh ein kleines Kind als Trainer pass nur auf und ich den Fall auf ja dann dreht mal auf und er besiegt dann werde ich dich auch noch besiegen ich hätte vielleicht mal meinen Pokémon Team im Pokémon Center heilen sollen aber ja gut das ist ein Fehler nicht und das habe ich irgendwann schon mal gemacht oder im letzten Part vielleicht weil ich das nicht schon mal hier macht und das passiert mir natürlich noch mal zum Glück ist das nur ein kleines Kind hier mit seinem Pokémon ja ich weiß ich soll es nicht unterschätzen gerade wenn ich sage der ist leicht zu besiegen kommt dann das Universum traut mir in der Rinne und sagt dann ja ich nicht so vergiss das ist ein schwerer Pokémon Trainer mit schweren Pokémon Nitronadung komm das ist aber schaffbar komm das sieht schaffbar aus sag es nicht zu laut Zwergi das wird noch hier das geht in die Hose das geht wirklich ins Auge ja Ziel wurde besiegt habe ich es gesagt oder habe ich es gesagt man soll den Tag nicht vor dem abends loben moral in diesem Part ist doch schön ist doch wieder schön mal auch ein bisschen für die ja für den Bildungsbeitrag zu was zu leisten also meinen Bildungsauftrag zu erfüllen ja liebe Kinder gebt wein Acht ich habe euch etwas mitgebracht nein das ist das ist die falsche Sendung wenn ihr das verstanden habt wenn ihr diese Anspielung verstanden habt dann seid ihr definitiv zu alt für dieses Spiel dann dann weiß nicht warum ihr mir zuschaut seid ihr entweder mein Vater oder in seinem Alter Frage warum verstehe ich dann die Anspielung es ist ein Mysterium ja mit meinen 197 Jahren kann das mal passieren dass man so einige sachen kennt die schon etwas älter sind ja versteht da kann schon mal passieren in meinem Alter in meinen 197 fast 98 198 jahren hat man schon einiges gesehen noch mehr Trainer juhu hoodie sein silber was auch auch immer set kristall gegeben hab ich mich gerade erschreckt was denn das für ein pedo bär schaut euch diese pokémon an ja wirklich ich putze dich um einen kampf kann ich ablehnen ich lehne ab meister ich habe ein weiteres geheimnis der kampfkunst gegründet die kunst zu siegen ohne zu kämpfen dafür gibt es eine ordentliche umarmung vom pedo bär kristall er sich doch wie sieht denn dieses pokémon aus meine fresse ich putze um ein kampf na los geht's meister leih mir deine kraft für diesen kampf jetzt gibt es eine fette umarmung von dem wie heißt er wer ist das pokémon kristall oh so das ding will ich in meinem team haben oh ja das ding will ich in meinem team aber unbedingt land in der top 4 mit diesem ding wird wahrscheinlich auch mega stark sein auf jeden fall kann es so viel aushalten wie in den axo das sieht auch so ein bisschen aus könnte der könnte der pädophile nachfahrer von den axo sein ja unbedingt gamefreak was soll da was soll diese animation also ich entschuldige mich schon mal das sind nicht also ja das sind auch meine interpretation dieses pokémons aber ich bin nicht der einzige der das der das so offensichtlich erkennt dieser bär der pinke bär im schwarzen latex kostüm da habe ich so meine frage und hier erreicht level 35 meister zwangfeel gewinnt 960 bugmann dollar und geht siegreich gegen den pedo bären wo wo steht meister ich habe versorgt tor und diese geräusche die der von sich gibt dieses brummen alter wie man das nicht gesehen hat bei der spieleentwicklung das muss doch das muss doch irgendjemand abgesegnet haben da muss doch irgendjemand drüber geguckt haben und sagen gesagt haben jo mach mal mach das mal ins spiel rein specher das mal so ab ich verstehe bemerkenswert mein meister möchte dir in einer erkennt der fähigkeiten einen seiner attacken weitergeben bitte nicht bitte nimm dies an dich darin steckt die kraft meines meisters ach du scheiße du hältst die tm66 gegenstoß ich wollte eigentlich was anderes sagen aber ich komm das ist die die monetarisierung dieses videos ist mir eh schon weggeklappt worden es handelt sich um die tm66 gegenstoß tm66 gegenstoß gamefreak was was warum wie jetzt dein gegner zuerst führst du mit dieser attacke den doppelten schaden schaden ich soll diesen part an dieser stelle beenden und aufhören oh dieser part dieser part ist doch oh das das schmerzt so ein so ein schönes ende für so ein part ein klarer vorteil für pokémon mit niedrigeren initiative nun denn zurück ans training lass uns schnell hierher bauen ich bin elf jahre alt bin ein elfjähriges mädchen ich spiele ein elfjähriges mädchen ja die zwang wiesel elfjähriges mädchen ja auf insel wänerschaft schnell weg von dem pokémon schnell ganz weg dann lass mich mal sehen wie viele set kristall du bereits besitzt kristalle dieses strahlen leuchtende gelb das muss ein voltium set sein in ordnung dann öffne ich die barriere für dich vor dir liegt eine prüfung mit pokémon vom typ geist ich wünsche dir viel spaß war drauf auf diese prüfung na dann zwölf ich würde mal sagen zeit hier zu benden eine unwegsame felsige route ja machen wir das im nächsten part däumchen nach oben wird euch dieser part gefallen haben lasst ein abo da wenn ihr nerf meiner kanal seite und ja kein weiteres video mehr mit dem zwergenfest verpassen wollt ja habt noch einen angenehmen festlichen tag geherbt euch wohl und haut renne bis dahin man sieht sich gehabt euch wohl habe ich schon gesagt tschau tschau und das